Hallo Leute, ich bin der Genkeller und scherz euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe mal ihr könnt mich hören, denn ich habe das Video gerade eben schon aufgenommen, irgendwie 20 Minuten, Viertelstunde gelabert und aus irgendeinem Grund hat mein Mikrofon, ist zwar in der Aufnahme aktiviert gewesen, aber irgendwie hat das mein Mikrofon nicht mit aufgenommen und ja, ich möchte kurz über das neueste Update reden, zuerst so ein bisschen hier der nebensächliche Nuke. Nuke ist jetzt im Matchpool mit drin und dafür ist ein Fernroh rausgenommen worden, das heißt wir werden bei der ESL1 Cologne 2016 kein Inferno sehen, stattdessen werden wir die neue Nuke Map sehen, wenn das jemand picken sollte, die Map und Verdacht von vielen Leuten ist, dass sie wahrscheinlich Inferno auch neu designen wollen, so wie sie es mit Nuke getan haben und Nuke war ja vorher auch sehr CT-lastig, mittlerweile soll es ausgeglichen sein, aber ich glaube eher, es ist ein bisschen mehr T-lastiger und Inferno ist meiner Meinung nach auch ziemlich T-lastig, deswegen werden sie es wahrscheinlich ändern und ein paar neue Wege einbauen, so wie sie es hier bei Nuke gemacht haben und die Map versuchen ein bisschen auszugleichen und das war es eigentlich so mit dem, mit der Sache. Das Wichtigste seht ihr hier oben, Prime Account, habt ihr wahrscheinlich schon bei vielen anderen YouTubern gesehen. Prime Account, für die Leute, die es nicht wissen, ist eine Methode von Valve. Versuchen sie halt die Cheater und Smurfer wegzukriegen von dem Spiel. Es funktioniert so, dass ihr eure Handynummer mit CSGO verknüpft, ich weiß, man kann, oder viele von euch wissen sicherlich, man kann sein Handy auch schon mit Steam verknüpfen und wenn ihr es mit Steam verknüpft habt, müsst ihr einfach nur hier oben einen Knopf drücken und ihr werdet automatisch auch mit CSGO verknüpft und das hat den Grund, da viele ja einen Smurf Account haben, also so einen Zweitaccount, auf den sie halt dann spielen, meistens immer auf irgendwelchen unteren Rängen und dann irgendjemand anderen hochpushen oder so, das soll nun halt nicht mehr möglich sein, da man wohl nur eine Handynummer pro Account angeben kann und keiner wird halt für seinen Zweitaccount einfach irgendwelche Handynummers angeben oder noch schlimmer für Cheater, Hacker, die werden wahrscheinlich kaum noch ihre Handynummer angeben für irgendeinen Account, wo sie sowieso hacken wollen, das wird keiner machen. Und Valve will dann halt ein Matchmaking nur für Prime Accounts einführen, das heißt, man kann dann beim Matchmaking suchen, entweder Prime Accounts oder normales Matchmaking, wobei normales Matchmaking dann hoffentlich, hoffentlich irgendwann, ähm, nur, was heißt hoffentlich, also das Prime Account hoffentlich dann frei ist von Hackern und Cheatern und sobald man dann einmal normales Matchmaking macht, wird man wahrscheinlich nur noch auf Cheater, Smurfer, ähm, treffen und, ähm, ja, das war's eigentlich so im Groben und Ganzen, die ganzen Details, was da alles vorher stand, kann ich jetzt nicht mehr vorlesen, da ich keine Ahnung hab, wie ich diese Details wieder zurückkriege, aber kurz und knapp gesagt, ähm, verbindet am besten euer Prime Account, äh, CSGO Account mit Prime, denn das ist noch in der Beta, sie wollen halt gucken, wie viele Leute das machen, wenn das genug Leute machen, dann, ähm, könnt ihr irgendwann bei Matchmaking halt auf Prime Account suchen und ihr würdet halt nur Leute suchen, die auch Prime Account haben und auf eure Stufe sind. Deswegen ist es momentan wahrscheinlich noch nicht zur Verfügung, oder steht nicht zur Verfügung, dass noch, ähm, ich glaub gestern oder vorgestern kam dieses Update erst raus, und, ähm, ich krieg halt eine WhatsApp-Nachricht hier im Hintergrund und, ähm, kam das Update halt raus und es werden wahrscheinlich noch nicht genug Leute, ähm, das gemacht haben, damit man Matchmaking suchen kann, weil sonst würde das irgendwie ewig dauern, bis ihr halt irgendjemanden auf eurer Elo findet, der auch Prime Account hat und die Maps sucht, die ihr gerade sucht. Von daher wird es wahrscheinlich erstmal ein, zwei Wochen dauern, oder ein, zwei Monate, bis das Ganze richtig eingeführt ist, ist halt noch in der Beta, aber ich finde es halt ein guter Schritt von Valve gegen Cheater und Hacker. Ja, ich hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen aufklären und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wieder, ciao!